Musik Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Treffpunkt Oberstarmark. Herzlich willkommen. Eine Zentralküche und eine Zentralwäscherei für Pflege und Wohnheime unter einem Dach. Das neue Logistikzentrum des Sozialhilfeverbandes Bruck wurde kürzlich in Obereich feierlich eröffnet. Die Gemeindefusionen geben immer wieder Anlass für Diskussionen. Wir waren bei der Pressekonferenz zum Thema Gemeindefusion Bruck-Obereich und Fußball. Da steht die Partie zwischen dem SV Dragös und dem SV Mitterdorf auf dem Programm. Nach nur einjähriger Bauzeit eröffnete der Sozialhilfeverband Bruck am 30. August sein neues Logistikzentrum in Obereich. Damit sichert der Sozialhilfeverband Arbeitsplätze in einem der modernsten Versorgungsunternehmen der Steiermark und tätigt eine nachhaltige Investition in die Zukunft der Region. Das Logistikzentrum des Sozialhilfeverbandes Bruck vereint nun Zentralwäscherei und Zentralküche unter einem Dach. Mit über 200.000 Mahlzeiten pro Jahr und einem Wäscheaufkommen von eineinhalb Tonnen pro Tag wird die Versorgung der Bewohner, der Pensionisten und Pflegeheime in Bruck an der Mur und Kapfenberg sowie des Tageszentrums mit höchstwertigen Produkten und Dienstleistungen gewährleistet. Als wir uns damals überlegt haben, was tun wir mit der alten Küche in Kapfenberg, hat natürlich mehrere Möglichkeiten gegeben und die erste wichtige Entscheidung war die zu sagen, wir kochen selbst, das ist eine Kerndienstleistung, das ist unseren Bewohnerinnen und Bewohnern wichtig, also brauchen wir einen neuen Standort und das gleiche gilt für die Wäscherei, wo wir glaube ich wirklich ein herzeigbares Unternehmen und Dienstleistungsunternehmen geschaffen haben. Das neue Logistikzentrum ist auch eine Investition in die Zukunft der Region. Die hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich sehe das Logistikzentrum, das wir heute eröffnen, so als ersten Schritt in unsere gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft der beiden Sozialhilfeverbände Bruck an der Mur und Mürzzuschlag, weil wir ab nächsten Jahr, ab Jänner des nächsten Jahres fusioniert werden und das Logistikzentrum ist natürlich Teil dieses großen Masterplans und wird für die Versorgung der Heime natürlich gut dastehen. Selbstverständlich, das ist glaube ich eine ganz wichtige Investition, die wir hier als Sozialhilfeverband Bruck an der Mur getätigt haben. Was für uns aber viel wichtiger war, dass wir hier unsere Arbeitsplätze behalten haben, dass wir eine Zukunftsinvestition getätigt haben, die jederzeit ausbaubereit ist, die wir jederzeit vergrößern können und wie gesagt Arbeitsplätze in der Region, vor allem in dieser Krisenzeit. Das war eine wichtige Voraussetzung und ich glaube darauf können wir auch stolz sein. Es ist für uns wirklich ein Freudentag und es ist ein Quantensprung auch in der Betreuung für die Menschen, die uns anvertraut sind und wir wissen die demografische Entwicklung in unserer Region, in unseren Gemeinden und es ist so, dass wir immer älter werden und demnach immer mehr Pflegebetten brauchen und immer mehr solche Einrichtungen. Ich möchte aber heute auch an diesen Freudentag an die Brigitte Schwarz erinnern. Sie war es als Obfrau des Sozialhilfeverbandes, die uns sozusagen diese Idee injiziert hat, dass dieses Logistikzentrum, diese Infrastruktureinrichtung auch relativ rasch und unbürokratisch umgesetzt wurde und wir zahlen dafür 5,1 Millionen Euro. Also hier ist schon etwas Gutes gelungen und wir sind heute alle sehr zufrieden. Vor allem die Wäscherei hat es den männlichen Besuchern angetan. Auch Landesrat Siegfried Schrittwieser war begeistert von der modernen Technik. Ein Logistikcenter, wo die Arbeit noch exakter, noch rascher geht und ich sage immer dazu, das Geld, was wir ausgeben, soll in erster Linie für die Klientinnen und Klienten zur Verfügung sein. Das heißt, die mal pflegen. Und hier ist ein Zentrum geschaffen worden, wo es kein zweites Beispiel gibt und daher sind wir sehr froh darüber und was auch wichtig ist, die Leute, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben jetzt Arbeitsbedingungen, was sie vorher nicht gehabt haben und wenn man mit ihnen spricht, sind sie sehr glücklich, dass sie das jetzt haben. Ein Schuss Menschlichkeit, eine Prise Liebe und eine große Portion Professionalität. Diesem Motto wird der Sozialhilfeverband mit dem neuen Logistikzentrum in Oberaich mehr als gerecht. Vor zwei Jahren noch hätte sich niemand gedacht, dass man über dieses Thema so lange diskutieren kann. Jeder wurde diesbezüglich eines Besseren belehrt. Die Gemeindefusionen bieten immer wieder Stoff zum Diskutieren. Wir waren bei der Pressekonferenz zum Thema Gemeindefusion Bruck-Obereich für Sie mit dabei. In aller Munde sind die Gemeindefusionen in der Steiermark. Vorteile und Nachteile werden abgewogen und alle sind bestrebt, das Bestmöglichste für die Bevölkerung herauszuholen. Für die Fusion Bruck-Obereich überwiegen vor allem die Vorteile einer solchen Fusion. Doch gibt es Gegenwind durch die Plattform Oberaich und nun auch von der ÖVP, die auf eine Volksbefragung nach dem Völkerrechtegesetz bestehen. Dies geht sich aber aus Zeitgründen nicht mehr aus. Trotzdem will SPÖ und FPÖ den Landesbonus von 400.000 Euro für die Freiwilligkeit einer Fusion nicht verlieren. Und man hat gemeinsam ein anderes Modell präsentiert. Durch die Verminderung der freiwilligen Phase vom Dezember auf September dieses Jahres sind wir gezwungen, jetzt eine neue Art zu wählen, weil sich eine Volksbefragung im Sinne des Volkrechtsgesetzes terminlich nicht mehr ausgeht. Machen wir in Anleitung an das Betriebsräte- oder Personalvertretungsgesetz eine Volksbefragung mit Briefwahl. Und dabei sind wir zutiefst überzeugt, dass die Rückmeldungen sehr positiv sein werden, beziehungsweise viel größer, als wenn jemand zur Wahlurne gehen müsste. Eine Bürgerbefragung ist allen sehr wichtig, allerdings mit verschiedenen Argumenten. Wir haben gesagt, wir wollen eine Bürgerbefragung erst dann durchführen, wenn wir entsprechende Grundlagen, Informationen an die Bevölkerung weitergeben können. Diese Grundlagen sind jetzt da. Wir haben sie heute der Presse präsentiert. Es wird eine entsprechende Aussendung in Form von Sonderamtsblättern in beiden Gemeinden jetzt hinausgehen. Und die Bevölkerung kann sich selbst jetzt wirklich ein Bild machen, welche Vorteile bringt diese Fusion zwischen Oberreich und Bruck an der Mauer. Die Vorteile einer Fusion überwiegen, wie aus den Unterlagen der Pressekonferenz hervorgeht und die jeder Haushalt in Bruck und Oberaich jetzt zugesandt bekommt. Trotzdem beharrt die ÖVP auf eine Volksbefragung nach dem Völkerrechtegesetz. Aber das ist laut SPÖ zeitmäßig nicht mehr drinnen. Wir haben von der ÖVP Oberaich aber von Anfang an gesagt, wir sind Gesprächen gegenüber positiv gut und aufgeschlossen, aber es ist uns wichtig, die Bürger im Boot zu haben. Das heißt, am Ende des Tages, das heißt vor dem endgültigen Beschluss im Gemeinderat, wollen wir die Bevölkerung befragen und haben uns immer für eine Volksbefragung nach dem Volksrechtegesetz eingesetzt. Es wäre genügend Zeit gewesen, eine Volksbefragung zu organisieren. Ich frage mich, warum hat er es nicht getan? Und jetzt eine Briefwahl zu machen in Form einer Bürgerbeteiligung, sehen wir doch eher wie ein Mascherl sich darüber zu hängen und noch bürgerfreundlich zu sein. Ob Mascherl oder nicht, hier geht es um die Meinung der Bürger und die kann in Form einer Briefwahl genauso eruiert werden, denn Es geht hier nicht um wahltaktische Sachen, es geht hier nicht um ÖVP und SPÖ und FPÖ und so weiter, sondern es geht um die Bevölkerung unserer Region. Und wenn man hier die Wahltaktik oder die eigene Parteivirtschaft in den Vordergrund stellt, muss ich sagen, das ist in diesem Bereich wirklich für mich nicht nachvollziehbar. Also weg von der Parteipolitik hin zum eigentlichen Sachthema. Denn wer einmal dafür ist, dass man dagegen ist, verwirrt nur die Bürger in so wichtigen Fragen der Zukunft. Und hier ist einmal die Sachpolitik über die Parteipolitik zu stellen. Die Stadtfeuerwehr Kapfenberg lud kürzlich zum alljährlichen Rüstfest ein. Ein buntes Rahmenprogramm bot Groß und Klein eine willkommene Abwechslung. Die Stadtfeuerwehr Kapfenberg veranstaltet alljährlich ein Rüsthausfest. Dabei standen Vorführungen und eine Fahrzeugübergabe ins Haus. Unser Rüsthausfest, was wir ja schon seit Jahrzehnten jährlich im September veranstalten, ist eigentlich schon Tradition in Kapfenberg. Und Sie sehen es ja bei den Gästen, bei der Vielzahl der Gäste, die da unten bei uns zu uns gekommen sind. Ja, es ist eine Tradition und wird von der Bevölkerung gern angenommen. Verschiedene Vorführungen sollen über die Leistungsfähigkeit Aufschluss geben. Wir haben heute zwei Vorführungen gehabt und zwei von unserer Rettungshundestaffel und von unserer Jugendfeuerwehr. Da ist ein Schaumangriff vorgetragen worden. Sie haben ihn ihr Können unter Beweis gestellt. Wir haben jetzt gerade einen Ölbrand gehabt. Den haben wir jetzt mit einem Schaummittel geöffnet. Was muss man dabei beachten? Also, dass man die fünf Paar hat und dass man mit dem Schaummittel richtig immer, dass man wartet, bis der Schaum da ist, bevor man ins Brennende geht. Im Rahmen eines Festaktes und dabei sein prominenter Gäste wurde das Einsatzfahrzeug seiner Bestimmung übergeben. Und zwar ein sogenannter MCDF, ein Mehrzweckfahrzeug, das für unterschiedliche Kleineinsätze verwendet werden kann. Dieses Einsatzfahrzeug, ein Toyota Allrad, zeichnet sich durch ein neu entwickeltes Containersystem, das unterschiedlichste Einsätze ermöglicht, aus und es wurde fast zur Gänze von den unterstützenden Mitgliedern finanziert. Und noch eine Besonderheit zeichnete das Fest der Stadtfeuerwehr aus. Die Feuerwehr Frecken ist mit 30 Mann bzw. Frauen hier anwesend. Wir alle Jahre bei unserem Fest der Stadtfeuerwehr Kapfenberg. Das war wieder ein super Programm, was der Stefan für uns auf die Beine gestellt hat. Wir sind reingekommen letzte Woche Samstag zum Feuerwehrfest in Hafendorf und bleiben bis am Montag. Dieses Fest hat daher auch für Bürgermeister Wegscheiter eine große Bedeutung. Wir freuen uns jedes Jahr, dass dieses Rüsthausfest stattfindet. Da sagen wir einmal Danke, aber es ist mehr ein gesellschaftliches Ereignis. Das ganze Jahr ist ja die Feuerwehr mit Übungen und im Ernstfall im Einsatz. Dazu brauchen wir Geräte, dazu brauchen wir auch Fahrzeuge. Und im Zuge eines Rüsthausfestes ein so schönes Fahrzeug wie hinter mir zu übergeben, ich glaube, das passt genau zusammen. Die Partnerschaft mit Frecken hat eine lange Phasen eines guten Zusammenwirkens gehabt und zwischendurch auch kleine Pausen erfahren. Aber es hat immer wieder Frauen und Männer, gerade in den Einsatzorganisationen und speziell bei den Feuerwehren gegeben, die diese Partnerschaft immer wieder angekurbelt haben. Und dafür möchte ich herzlich Danke sagen. Heute wurde Hans-Adam Breuer, Stadtrat in Frechen, einer der Motoren, hätte ich gesagt, dieser Partnerschaft geehrt, mit einer Landesehrung ausgezeichnet. Und seine Rührung hat gezeigt, wie ehrlich und wie bewusst er diese Partnerschaft auch lebt. So gesehen ist das Fest der Stadtfeuerwehr nicht nur über die Grenzen hinaus, sondern auch für die Kapfenberger Bevölkerung ein wichtiger Bestandteil der Kultur. Über 149 Oldtimer fanden Anfang September den Weg nach Wartberg. Bereits zum zehnten Mal ging hier die Mürztaler Oldtimer-Rallye über die Bühne. Die 53 Kilometer lange Strecke stellte viele vor eine große Herausforderung. Jetzt gehe ich mal schauen, was es bei den Oldies Neues gibt. Wow, das ist ein Ding. Da wunderte man sich wirklich. Echte Raritäten waren beim diesjährigen Oldtimer-Treffen in Wartberg im Mürztal anzutreffen. Das ist ein American La France, Baujahr 1918. Mit dem sind sie früher einmal so Langstreckenrenner gefahren, Paris, Baking oder so. Also war eigentlich ein Rennwagen mit großem Kettenantrieb, mit verschiedenen Ritzeln, hat man die Geschwindigkeiten extrem hoch oder normal entnehmen können. Wie sieht es mit der Motorleistung aus? 9.500 Kubik. Ist ein Doppelzünder. Also das heißt pro Zylinder zwei Zündkerzen. Einmal elektronisch, also elektrisch. Und das zweite Mal ist 41 vor dem Zündmagneten. Auch die Ford T-Palette war vertreten. Einer davon war besonders interessant. Ford T, den Lissi, der Typ ist Liberty, das heißt Transporter, Baujahr 1914. Der hat 19 PS und fast drei Liter Hubraum. Und auch heute noch immer aktiv im Einsatz. Ich freue mich ganz besonders, denn heuer brechen wir alle Rekorde. Wir haben Anmeldungen einer Zahl wie nie zuvor und wir haben Teilnehmer sogar aus Vorradlberg bei uns. Es sind mehr als 170 Fahrzeuge. Der bisherige Rekord war bei 162, das war vor zwei Jahren. Und diesmal übertreffen wir alles. Und das ist für Wartberg schon fast das Limit. Und man sieht, der ganze Ort ist vollpackt, nur mit alten und wunderschönen Autos und Motorrädern. Kopfzerbrechen unter den Zweirad-Enthusiasten verursachte die sogenannte Wilderer-Maschine. Das ist eine echte Wilderer-Maschine. Es wurden nur drei Stück davon gebaut. Eine gibt es noch und das ist die da. Und die hat besondere Merkmale, dass ich dann schmälere entlenke, damit man zwischen die Bahnen besser durchkommt. Dann hat es ein Jagerstecken dabei. Und dann die eigentliche Spezialität ist hinten. Wenn ich auf der Flucht bin mit einem Rek, dann kann ich, und die Polizei verfolgt mich, dann kann ich die Nummer dafür während der Fahrt verdecken. Ganz schön raffiniert. Wartbergs Bürgermeister versuchte es diesmal, in einem Oldtimer mitzufahren. Heute erstmals als Teilnehmer, die letzten acht Jahre als Starter und jetzt bin ich neigeregt, was spannend ist. Ich fahre mit dem BMW, Baujahr 1938, vom Herrn Hubert Rotwangel und es ist ein ganz tolles Gefühl, mit so einem alten Auto zu fahren. Und wie sich es herausstellte, Bezirkshauptfrau Budimann kann den Oldtimern durchaus etwas Positives abgewinnen. Sind Sie ein Oldtimer-Frau? Ja, bin ich auch natürlich. Und wenn man sich, wenn man diese Autos anschaut, ich meine, das war Stil, das war Eleganz. Natürlich sind wir in der heutigen Zeit mit den Sicherheits-, mit den Möglichkeiten einfach sicherer zu sein, stehen wir anders da. Aber an Schönheit, an Eleganz lässt sich da nichts vergleichen. Großartig. Und diese Veranstaltung da in Wartburg, die jetzt zum zehnten Mal stattfindet, ist natürlich ein Pflichttermin, aber wirklich ein Pflichttermin, der sehr, sehr viel Freude macht. Pünktlich erfolgte der Start zu den Sonderprüfungen. Wir haben vier Sonderprüfungen. Die erste ist in Kindberg in der Fußgängerzone, die zweite ist in Minderbach beim Bahnhof, die dritte ist in der Feisch am Hauptplatz und die vierte ist in Greglach beim Veranstaltungszentrum. Und die Teilnehmer müssen da zum Teil Geschicklichkeit und zum Teil Wissen beweisen und es gibt da Punktebewertungen und nach dieser Bewertung, wer erfolgt dann die Reihung und da werden die Sieger ermittelt. Jedenfalls war es wieder ein Treffpunkt für Oldtimer-Freunde. Und solche, wie man erfreulicherweise feststellen konnte, gibt es mal zu mal mehr. Diesen Beitrag widmete Ihnen Fliesenfritz St. Marein im Mürztal. Bei Fliesenfritz gibt es immer tolle Angebote. Kaffee Rosa St. Marein mit der freundlichen Aufforderung. Cappuccino gefällig. Toyota Scheikel, Mützhofen und Bruck an der Mur mit der Einladung am Freitag, den 20. September zum Hybrid-Testtag bei Toyota Scheikel. Informationen unter dieser Telefonnummer. Und Mobilcenter Gosch, Bruck-Mur, Rosecker Straße 10. Mobilcenter Gosch ist umgezogen und jetzt in der Rosecker Straße 10 zu finden. In den modernen Räumlichkeiten können Sie sich exklusiv über T-Mobile und Tele-Ring sowie den neuesten Smartphones beraten lassen. Mobilcenter Gosch ist Business-Partner für Firmenkunden. Reinhard Gosch, Geschäftsführer seit 1999 und sein Team freuen sich auf Sie. Die Nationalratswahl steht bald ins Haus und so bemüht man sich, wichtige Themen, die der Bevölkerung ein großes Anliegen sind, bereits vorher aufzugreifen. Die SPÖ reagierte und möchte mit dem Programm Neues Leben im Ortskern Wohnen wieder leistbar machen. Sanieren, Wohnen, Leben. Der für die Sanierung zuständige Mandatar ist Landeshauptmann-Stellvertreter Siegfried Schrittwieser. Er hat mit seinem Team ein Konzept erarbeitet, das Wohnen leistbar macht. Ja, es ist so, dass wir viele in den Städten und Gemeinden viele Häuser haben, die auch von privaten Personen, weil man sagt, das bringt mir nichts mehr, nicht mehr saniert werden. Und daher ein sogenannter Schandfleck in der Stadt oder in der Gemeinde stehen, wo alle sagen, schaut euch den Schandfleck an, man kann aber nichts tun, weil es nicht uns gehört. Jetzt habe ich ein Förderprogramm entwickelt, also ich sage, neues Wohnen im Ortskern. Wir bieten jetzt den Kommunen Förderungen an, bis zu 70 Prozent, zu einer Verzinsung auf 25 Jahre mit 0,50 Prozent, dass sie diese alten Objekte kaufen und dann mit Baurecht einen Wohnbauträger dessanieren lassen, wo die Landesförderung auch in Anspruch genommen werden kann. Eine sicherlich praktikable Vorgangsweise und auch für die Initiatoren von Vorteilen, auch die Abwanderung kann so eingedämmt werden. Das ist das Innehalten, wir reden alle von Abwanderung. Ich glaube, wir können nur dem entgegenwirken, dass nicht alle in den Großraum Graz sind, dass wir leistbares Wohnen haben. Und bei diesem Förderungsprogramm ist es so, wenn ein Wohnbauträger diese alte Objekte kauft und dann saniert, kommt ein Quadratmeterpreis von 8 Euro heraus. Wenn aber die Kommunen die alten Häuser kaufen und dann mit einem Baurecht zur Verfügung stehen, kommen mehr 5 Euro oder unter 5 Euro. Und das bedeutet für Niedrigverdiener schon eine große Erleichterung. Und daher meine ich, Wohnen ist eine höchst sozialpolitische Frage und es ist höchste Zeit, dass wir dies in Angriff nehmen. Aber, und das darf nicht unerwähnt bleiben, auch die sogenannten gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften sind nicht immer sehr zurückhaltend, was die Mietkosten anbelangt. Schauen Sie die Wohnbaugenossenschaften nach, wenn sie gemeinnützig sind, die rechnen jeden Euro, den sie ausgeben, in die Miete. Und dann kommt unter dem Strich etwas heraus und dann gießt das die Miete. Ein Kämpfer für die gute Sache ist der Nationalratsabgeordnete Erwin Spindelberger. Er will vor allem den Immobilienhaien kräftig ins Maul greifen. Es kann doch wirklich nicht sein, dass jetzt spekuliert wird mit den Grundstückspreisen oder mit den Wohnobjekten bei uns in der Region. Und wir haben ein ganz klares Sieben-Punkte-Programm seitens der Bundes-SPÖ ausgearbeitet, weil eben Wohnen leistbarer werden muss. So sind zum Beispiel in den letzten fünf Jahren allein die Mietpreise bei privaten Vermietern im Durchschnitt um 28 Prozent gestiegen. Und immer mehr Leute kommen dann zu uns und sagen, wir können uns unsere Wohnkosten überhaupt nicht mehr leisten. Und dem muss der Riegel vorgeschoben werden. Und noch einige andere Punkte aus dem Sieben-Punkte-Programm gehören zum Thema. Leistbares Wohnen. Ja, und genau da wollen wir jetzt den Hebel ansetzen, indem wir ganz klare Regeln auf gesetzlicher Basis schaffen, dass es Mietzins-Obergrenzen geben muss. Und ganz, ganz wichtig ist für mich auch, die Wohnbauförderungsmittel wieder zweckgebunden einzusetzen. Denn es kann ja nicht sein, dass jetzt Wohnbaumittel für die Budgetsanierung herangezogen werden. Und eben da gibt es viel zu tun. Und im Speziellen geht es auch darum, dass ich sage, Jungfamilien wieder das Wohnen attraktiver gestalten zu können. Und wir stellen uns sogar vor, dass wir jetzt zum Beispiel bei den künftigen Grundstücksumwidmungen auch einen Parameter einführen, der für den sozialen Wohnbau zur Verfügung gestellt wird, damit sich die Leute, die Jungfamilien vor allem, das Wohnen auch wieder leisten können. Und wie heißt das Login? Von der grünen Wiese zurück ins Zentrum. Für einen wohltätigen Zweck aufs Rennfeld wandern. An sich nichts Ungewöhnliches. Doch das Schuhwerk der Alpinistinnen war bedenklich. Mit High Heels, die gemeinhin auch Stöckelschuhe genannt werden, wurde das auf den Bergwandern zum Erlebnis. Es war ein herrlicher Tag und so gesehen ideal für diese ungewöhnliche Aktion für eine Bergwanderung. Nicht das Ziel, sondern die Art des Schuhwerks waren das Besondere. Die Idee kam nach einer durchzechten Nacht. Das war eigentlich in der Früh eine Aktion von uns. Wir sind frühstücken gegangen, wir Mädels, nach dem Mozart, das ist mein Lokal. Und da haben sie zu mir gesagt, wie kannst du mit so hohen Schuhen warten die ganze Nacht? Und ich sage, mit dem gehe ich aufs Rennfeld, wenn du sein musst. So ist die Idee entstanden. Und dann haben wir gesagt, das ziehen wir durch, das machen wir. Der erste Hilfekasten war bereit und auch das ideale Schuhwerk hatte man in Form von High Heels gefunden. Und auch die Beteiligung war in Anbetracht der außergewöhnlichen Situation sehenswert. Also wir werden ca. 25 Teilnehmerinnen sein mit High Heels und die Aktion ist für die Kinderkrebsstation in Graz. Weil wir gesagt haben, wenn wir eine Gaudi haben, soll sie auch einen Nutzen haben. Lobenswert diese Einstellung. Trotzdem hat es einige Zeit gedauert, bis die Teilnehmerinnen von der Bischkalm endlich am Rennfeld ankamen. Der Zweck heiligt bekanntlich die Mittel und deshalb Gratulation den Mädels. Und Gott sei Dank ist nichts passiert. Auf ein neues, vielleicht mit High Heels, von Bruck nach Graz. Abwechslungsreiche Beiträge haben Sie bei uns im Treffpunkt Oberstammark bereits gesehen. Wir kommen jetzt zum Treffpunkt Murtal und diesen Themen. Wir waren bei der Pressekonferenz vom ATV-DDi-Group Trofeiach mit dabei. Der Ferienspaß in Trofeiach mit dem Thema Kochen. Frisch, saftig, steirisch, der Apfel. Das vierte Weinfest in Leoben und Thomas Stipsitz zu Gast in Trofeiach. Mehr vom Treffpunkt Murtal gleich nach der Werbung. Der OM-Kirtog ein Höhepunkt im Kindberger Veranstaltungskalender. Grüß euch, ich bin der Bözelhanse von Kindberg am Herzogberg. Ich lade euch alle recht herzlich zum OM-Kirtog ein am 21. September. Da spielen für euch die originalen Fidel Mölltoller, der Marc Bircher aus Tirol, die Edelsäer, die Marlena Martinele und am Montag haben wir noch die Raste Bounds. Ich lade euch alle recht herzlich ein. OM-Kirtog am 21. September beim Berggasthof Bölzl, Kindberg-Herzogberg. Beginn ist 10 Uhr und mit Hubschrauber-Rundflügen das Spektakel von oben zu betrachten, bestimmt ein Erlebnis. Die Sonne, unser Dorf, das Lächeln meiner Kinder. Ich werde wiedersehen. Mit 30 Euro schenken Sie einem Menschen Augenlicht. Licht für die Welt. Mema TV. Mehr Region, mehr Steiermark. Jetzt auch über DVBD auf Kanal 49 UHF. Frequenz 698 MHz. Mema TV. Regionales Fernsehen. Jetzt auch auf DVBD. Wir sehen uns. Ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Mittlerweile haben wir schon den Monat September und das bedeutet auch für die Schüler jetzt wieder in die Schule zu gehen. Und auch Neuigkeiten aus diesem Bereich gibt es jetzt für Sie. Denn nicht nur die Schule fängt jetzt wieder an, sondern auch der Sport steht im Mittelpunkt in der Stadtgemeinde Trofeiach. Die Handball-Saison startet in den kommenden Tagen und welche Neuigkeiten es zu den Teams gibt, erfahren Sie jetzt. Mit nächster Woche startet eine neue Saison für den Trainerstab, die Spieler und natürlich auch für die Funktionäre des Handballvereins ATV Trofeiach. Im Rahmen dieses Starts wurden am vergangenen Dienstag die wichtigsten Neuerungen bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. So ist neben der Neuverpflichtung einiger Spieler, bei den Damen wie auch bei den Herren, ein weiterer großer Schritt gelungen. Mit der Saison 2013 konnte nämlich die TDI Group unter der Geschäftsführung von Dr. Gerhard Thonhauser für die nächsten drei Jahre als Hauptsponsor gewonnen werden. Mit dieser Unterstützung können nun die gesetzten Ziele, wie unter die Top 5 und somit ins Aufstiegs-Playoff zu kommen, ehrgeizig verfolgt werden. Aber auch für die Jugendarbeit wird hier wieder einiges an Zeit und Energie vom ATV Trofeiach aufgewendet, um in der Zukunft auf viele weitere Eigenbauspieler zurückgreifen zu können. Am kommenden Samstag, den 14. September, wird das erste Heimspiel gegen St. Bölten in der Sporthalle in Trofeiach ausgefeitet. Wir bleiben in der Stadtgemeinde Trofeiach, doch wechseln wir das Thema. Denn die Zutaten für den nächsten Beitrag waren eine Kochschürze, heimische Produkte, viel Freude und Interesse. Denn im Rahmen des Ferienspaß ist einmal mehr das Kochen im Mittelpunkt gestanden. Wir haben den zahlreichen Mädels, aber auch den Burschen, Steven, einmal über die Schulter geblickt. Packpulver, Eier, Mehl, Zucker und Äpfel, grüne wie rote, sind zum Beispiel am Rezeptzettel für die leckeren französischen Apfelwaffeln gestanden. All diese Zutaten und noch viele mehr wurden an diesem Vormittag von den 15 Kindern eifrig abgemessen, zusammengemischt und dann natürlich als Ergebnis verkostet. Immer im Blickfeld von den beiden Betreuerinnen. Dass einfach die Kinder den Bezug zu den Lebensmitteln lernen. Wir versuchen natürlich auch immer wieder gesunde Rezepte mit ins Programm reinzunehmen und dass sie einfach auch das Kochen eigentlich lernen. Weil viele Kinder haben oft nicht so die Möglichkeit, direkt mit den Lebensmitteln zu arbeiten und auch mit den Werkzeugen. Und das sieht man ja immer wieder. Manche sind halt, die sind schon kleine Profis und die anderen brauchen halt noch ein bisschen Unterstützung. Und das ist immer ganz nett. Und die haben immer viel Freude, die Kinder. An diesem Kochtag sind vor allem Rezepte mit dem Apfel am Programm gestanden. So haben wir zuschauen können, wie ein Apfelstrudel, aber auch Schweinetascherl mit Schafskäse und Äpfel von den einzelnen Produkten bis hin zum fertigen Mahl entstanden sind. Warum hast du dir genau das ausgewählt? Weil es lustig ist. Und ihr macht sich heute Rezepte mit dem Apfel. Was isst denn du am liebsten mit Apfel? Apfelstrudel. Daheim ist immer gern Apfelmus. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, jedes Jahr ein anderes Thema zu machen. Und sobald der letzte Kurs wieder vorbei ist, haben wir zwei Wochen später schon wieder die nächste Idee für das nächste Jahr. Und eben dieses Jahr das Thema Apfel, weil wir uns gedacht haben, wir sind in der Region Steiermark. Wir haben immer tolle Äpfel, eben stehen uns zur Verfügung und deswegen das Thema. Wer im nächsten Jahr auch ein Teil dieser lustigen Kochrunde sein möchte, ab dem Alter von sieben Jahren ist es möglich teilzunehmen. Und alle weiteren Informationen hat die Stadtgemeinde Trofeiach im nächsten Ferienspaß 2014 für sie bereit. Hausgemachte Schmankerl wie süße Krapfen oder deftige Jausenbrote. Atmiertliche Stimmung und eine gescheite Musik. Abgerundet wird das alles durch Köstlichkeiten der steiermärkischen Gäste. Sie fragen sich jetzt, wo Sie das finden können und von welchen Köstlichkeiten ich hier noch spreche? Die Antwort hat uns das vierte Weinfest am Hauptplatz in Leoben gegeben. In der Bierstadt Leoben hat am vergangenen Freitag nicht so wie gewohnt der Hopfen und das Malz regiert, sondern der traubige Wein unter dem blauen Himmel und dem klappernden Klappotetz haben 28 Weinbauern aus der gesamten Steiermark ihre feinen Tropfen beim bereits vierten Weinfest verkostet. Ein Fest, das für Leoben trotz des Weines schon Tradition hat. Also wie ich die Gedanken gefasst habe, für Leoben ein Weinfest zu kreieren, war also der eine oder andere sehr überrascht, hier an der Bierhauptstadt Österreichs ein Weinfest zu machen. Aber ich muss sagen, das hat vom ersten Mal eingeschlagen. Nur im letzten Jahr haben wir ein bisschen Probleme mit dem Wetter gehabt und deswegen haben wir im heurigen Jahr versucht, den Monsignor Markus Plöps dazu zu bewegen und der hat natürlich den perfekten Draht nach oben geschaffen. Auch die drei neu gewählten Weinhoheiten haben die Reise hier nach Leoben nicht gescheut. Begleitet wurden sie von einer Abordnung der Weinritter. Doch das war nur ein kleiner Teil des Programms hier am prall gefüllten Hauptplatz in Leoben. Wir haben also 28 der besten steirischen Weinbauern hier vor Ort und sie können sich wirklich durch die ganze steirische Weinpalette durchprobieren. Kulinarisch verwöhnt werden wir für den Bäuerinnen des Bezirkes. Ganz nach dem Spruch, die Rebe ist ein Sonnenkind, sie liebt den Berg und hasst den Wind, hoffen wir fürs nächste Jahr auf ein schönes und vor allem für die Reben angenehmes Wetter, so dass wir am fünften Weinfest hier in Leoben wieder mit den Köstlichkeiten der weißen und roten Trauben verwöhnt werden können. Haben Sie das schon vom Herr Meier gehört? Der hat ein neues Auto. Wie kann es denn der das überhaupt leisten? Kennen Sie solche Gerüchte und Tuscheleien vielleicht sogar aus Ihrem eigenen Wohnort? Genau das war das Thema des Besuchs des Kabarettisten Thomas Stipsitz in Trofeiach. 650 Damen und Herren haben sich für den Abend des 9. Septembers ein ganz besonderes Programm ausgewählt. Knapp zweieinhalb Stunden mit lustigen, aber auch aufrüttelnden Pointen vom Leomner Kabarettist Thomas Stipsitz. Nachdem der eigentliche Termin im April aufgrund krankheitsbedingter Probleme verschoben werden musste, waren die Erwartungen für das Programm Bauernschach natürlich noch höher als zuvor. Doch Thomas Stipsitz hat diese mit seiner besonderen Art und Weise, auf der Bühne zu agieren, erfüllt. Zustande gekommen ist dieser Kabarettabend durch die Zusammenarbeit des Lions Club Leoben und des Kulturreferates der Stadtgemeinde Trofeiach. Denn neben dem Humor ist auch Gutes tun im Mittelpunkt gestanden. Mit dem Reinerlös des Abends wird der Lions Club nach ihrem Motto wieder bedürftigen Menschen persönlich rasch und unbürokratisch helfen. Dann habe ich zu dem Makler gesagt, wenn das keine deutsche Handarbeit ist, dann will die Hütten aus Siegeln haben. Ich habe gesagt, ich will eine Punkte. Auf jedem Siegel von dieser Hütte will ich eine Punkte. Und da bleibt er da durchschauen. Dirig ins Gesicht, sagt er das gar nicht. Aber dirig ins Gesicht, weißt du, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, was? Ja, gehen wir essen. Normalerweise läutet unser Wecker für unsere Drehtermine nicht so früh wie für den vergangenen Termin unseres Eventscouts. Die Uhrzeit war 5 Uhr. Warum? Sehen Sie selbst. Einen wunderschönen guten Morgen. Sie fragen sich, warum ich Sie mit einem guten Morgen begrüße? Weil es auf unserer Uhr 5.45 Uhr anzeigt. Denn wir sind wirklich beim offiziellen Start des Musikfestivals hier in Spielberg mit dabei. Und mit einem ganz besonderen Start. Und den werden wir uns für Sie im Eventscout näher anschauen. Lieber Rudi, das Rondeau habe ich so noch nie gesehen. Frühstückstische, lecker Frühstück. Was passiert hier? Naja, ich eigentlich um die Zeit auch noch nicht. Normalerweise schlafe ich schon nicht um die Zeit. Aber wir arbeiten seit halb 5 in der Früh. ServusTV hat alle Spielberger im Rahmen des Spielberger Musikfestivals heute zu einem Frühstück eingeladen. Und es freut mich, dass so viele Leute jetzt schon da sind. Und ich denke, es wird ein schönes Frühstück, weil es wird ja musikalisch umrahmt mit dem Blechhaufen, der was ja beim Musikfestival spielt, und von unserer Stadtkapelle Spielberg. Und ich denke, wenn man den Tisch da schaut, freue ich mich schon, wenn das beginnt. Wir freuen uns sehr. dass ServusTV, Servus am Morgen heute hier bei uns in Spielberg ist. Aber man sieht, das fühlt sich auch schon. Es kommen wirklich viele, trotz der etwas frischen Temperaturen. Aber ich glaube, es wird ein schöner Tag, ein schöner Morgen. Wie ist es für euch jetzt live hier im Rondeau in Spielberg zu spielen? Naja, das Ambiente ist ja super. Nur wir sind es ja natürlich gewohnt, immer am Abend zu spielen. Das heißt, unsere Konzerte beginnen so im Schnitt um 20, 21 Uhr. Und jetzt doch um 6 Uhr, 45, 48 hier in der Früh. Also doch für uns auch ein bisschen ungewohnt. Ja, lassen wir uns überraschen, wie das wird. Wir sind ja alle hier zum Frühstück zusammengekommen. Darf ich eine persönliche Frage stellen? Nämlich, was ist denn Ihr wichtigstes Element beim Frühstück, was Sie nie missen möchten? Ähm... Ich bin eigentlich ein ganz schlechter Frühstücker. Bei mir ist es so, ich brauche einen ordentlichen Tee, muss ich sagen. Ein Früchte-Tee, eine Tasse Kaffee und einen Orangensaft. Ich bin eh einer, der mal mindestens zwei Kaffee braucht in der Früh. Aber da gibt es wunderbare Sachen, ein schönes Gipferl dazu und ein bisschen frische Marmeladen sind da. Ja, ich hätte gesagt, wir gehen jetzt ein bisschen frühstücken, oder? Das machen wir jetzt ganz gern. Was sagen Sie zu dieser wunderbaren Aktion? Ja, total überraschend. Also wirklich, wir sind stolz, dass ServusTV, natürlich auch Kanal 3, hier in Spielberg zu Gast ist. Ein Frühstück um 6.45 Uhr und das in Spielberg im Rondeau. Schon einmal erlebt? Nein. Zwar war ich vom Fahrt gehen heimgekommen um diese Zeit und durch Spielberg durchgegangen, aber gefrühstückt mit so vielen Leuten, aber um diese Zeit in Spielberg noch nie. Ein gutes Gipferl oder vielleicht ein Gugelhupf. Das alles und noch vieles mehr hat es hier bei dieser wunderbaren Eröffnung des Musikfestivals im Rondeau in Spielberg gegeben. Wir hoffen, Sie hatten einen gleich guten Start in den Morgen wie wir und wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder mit dabei sind bei unserem Magazin Events Cloud. Woche für Woche rücken wir Persönlichkeiten aus unserer Region in den Mittelpunkt des Geschehens. In dieser Woche hat Daniela Berndaler der Volksbank einen Besuch abgestattet. Genauer gesagt dem Direktor Dietmar C. Unser heutiges Interview der Woche hat uns in die Volksbank Eichfeld-Murboden geführt und ich begrüße Sie herzlich, Direktor Dietmar C. Schönen Vormittag und danke, dass du heute die Zeit für unser Gespräch gefunden hast. Ebenfalls herzlich willkommen bei uns hier. Dietmar, wenn man in die Volksbank Eichfeld-Murboden denkt, dann denkt man unweigerlich an dich. Du bist seit vielen Jahren mit dem Haus verbunden als Direktor. Wenn wir jetzt ganz zu Beginn und auch an den Beginn deiner Karriere zurückkommen, wie bist du denn eigentlich zur Bank gekommen und dann noch zum Direktorposten? Meine Karriere hat im Jahr 1980 gestartet. Ich habe damals in der seinerzeitigen Sparkasse Jugendburg begonnen, habe über insgesamt 23 Jahre im Konzern der Bank Austria Sparkasse, Zentralsparkasse gearbeitet und wurde im Jahr 2002 auf die Stelle hier in der Volksbank Eichfeld-Murboden angesprochen. Und nach kurzen Verhandlungen habe ich den Sprung noch einmal gepackt und habe mich quasi mit dieser neuen Aufgabe beschäftigt. Veränderungen gibt es natürlich am Bankensektor immer. In all den Jahren hast du sicherlich einige auch mitgemacht. Auch jetzt gibt es eine große Veränderung in der Volksbankfamilie. Es gibt eine Fusion der Volksbank Enstall-Baltenthal, Mürztall-Leom und der Volksbank Eichfeld-Murboden zu einer großen Volksbank, der Volksbank Obersteiermark. Warum ist dieser Schritt notwendig geworden? Wir haben in einem sehr dynamischen Umfeld mit verschiedenen Themen zu kämpfen beziehungsweise verschiedene Themen zu bewältigen. Für uns alle drei dieser Banken war in der letzten Zeit ein Wachstum unserer großen Kunden bemerkbar, dem wir nicht folgen konnten. Und um unsere Kunden auch weiter begleiten zu können, war es für uns eine Überlegung, hier einen Schritt weiter zu gehen und eine größere Einheit zu bilden, um sogar mit diesen klassischen KMU-Kunden in Zukunft auch weiter begleiten und unterstützen zu können. Weil eine unserer wesentlichen Funktionen ist, die in einer Region, sage ich einmal, am Wirtschaftsleben teilzunehmen und die Wirtschaft zu unterstützen. Die Zentrale der Volksbank Obersteiermark wird ja künftig im geografischen Mittelpunkt sein in Leoben. Welche Änderungen gibt es für den Kunden? Gibt es überhaupt spürbare Änderungen oder gibt es nur für euch Änderungen? Änderungen gibt es in erster Linie für die Mitarbeiter im Bereich der Verwaltung. Für den Kunden sollte diese Veränderung nicht spürbar sein. Wir werden an unserer Zweigstellungsstruktur festhalten und wir wollen in Summe auch die Kundenbetreuung intensivieren, indem wir dem Modell Jugendburg folgend auch zwei Commerzzentren in Leoben bzw. in Ortenmann installieren wollen, um intensiver und näher empfunden zu sein. Das heißt, dass auf Filialen keine geschlossen werden? Filialen werden keine geschlossen. Okay, mehr als 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann in 15 Filialen rund 22.000 Privat- und 3.000 Firmenkunden betreuen. Das ist eine doch enorme Summe. Worin liegen denn die größten Stärken der Volksbank? Warum sollte sich ein Kunde, wenn er auf der Suche nach einer neuen Bank ist, ausgerechnet für euch entscheiden? Ich glaube, dass unsere größten Stärken unsere Mitarbeiter sind. Wir haben sehr gut ausgebildete Mitarbeiter. Wir haben hochmotivierte Mitarbeiter. Wir sind nach wie vor eine Regionalbank, die Entscheidungen in der Region trifft von Leuten, die in der Region tätig sind. Wir haben die Nähe zum Kunden. Wir versuchen, das Geld, das wir in der Region einsammeln, auch wieder in der Region zu investieren. Ich glaube, das sind die wesentlichen Assets, die diese Volksbank-Obersteuer mit sich bringt. Der Bankensektor ist ja doch sehr geschüttelt worden, sage ich einmal in den letzten Jahren. Merkt man da auch bei den Kunden nach wie vor Unsicherheiten? Es gibt natürlich eine Verunsicherung auch bei den Kunden. Speziell wir als Volksbanksektor sind ja durch unsere Tochter, die ÖFAK, über die letzten Jahre immer wieder in den Medien zerrissen worden. Aber ich kann versichern, dass wir als Primärbanken, sagen wir, an dieser Misere nicht schuld sind und wir weiterhin versuchen werden, bestmögliche Leistungen für unsere Kunden zur Verfügung zu stellen. Was bedeutet diese Änderung eigentlich für dich persönlich? Nach all diesen Jahren gibt es jetzt wieder eine neue Aufgabe? Für mich persönlich ist es insgesamt die sechste Fusion, an der ich teilnehme. Und eine neue Aufgabe insofern, als mein tägliches Arbeitsumfeld sich von Jugendgut nach Leum verändert. Ich werde aber weiterhin mit dem Kollegen Obergruber gemeinsam für den Markt verantwortlich sein. Und ich denke, dass wir hier, sagen wir, für die Kunden nach wie vor auch in der Region jeweils zur Verfügung stehen. Region ist ein Schlagwort, das jetzt sehr oft gefallen ist. Die Region liegt dir auch besonders am Herzen, das wissen wir. Du bist auch seit 2007 Mitglied des Lions Club Junburg-Knittelfeld. Warum bist du dort aktiv tätig? Das ist einfach das Thema, weil wir die Aufgabenstellung im Lions Club darsehen, dass wir rasch, unbürokratisch und tatkräftig für akute Fälle zur Verfügung stehen und auch mein Gewissen bzw. meine Einstellung sogar mich dazu bewegt hat, hier mitzuwirken. All diese Aufgaben und Tätigkeiten, die jetzt auch neu dazukommen, fordern natürlich viel Energie und Zeit. Wobei tankst du denn wieder Energie? Gibt es ein Lieblingshobby, dem du frönst? Es gibt hier zwei Dinge, die aus meiner Sicht wesentlich sind. Auf der einen Seite der Rückhalt in der Familie, die diese ganzen Schritte in den letzten Jahren immer wieder unterstützt hat. Und auf der anderen Seite versuche ich, meinen Ausgleich im Sport zu finden und hier seit zwei Jahren im Teil fahren bzw. über durch den einen oder anderen Gipfel stürmen. Okay. Natürlich nehme ich an, das Jahr 2013 steht jetzt ganz im Zeichen dieser Fusion. Welche Ziele gibt es für 2014? Das Jahr 2013 ist das Thema, wo wir die Fusion insgesamt abschließen wollen, sowohl von der technischen als auch von der rechtlichen Situation heraus. Für 2014 wollen wir dann mit den neu aufgestellten Teams, die wir in allen Bereichen haben, endlich durchstarten und uns ausschließlich wieder unserem Geschäft widmen. Okay. Jetzt sind wir schon am Ende angelangt und es gibt noch unseren Kanal Drei-Frage-Bogen. Meine Arbeit ist für mich? Mein Leben. Glücklich bin ich, wenn? Wenn ich Leuten helfen kann. Berufliche Erfolge feiere ich mit? Gemeinsam mit meinem Team. Und für meine Zukunft wünsche ich mir? Gesundheit, 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 Gesundheit. Das wünschen auch wir deswegen. Herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin. Danke. Happy Birthday Tenne! Tenne wird 30 und feiert. Mit vielen Aktionen für Fliesen und Sanitär. Minus 30 Prozent und mehr. Tenne feiert. Feiern Sie mit. Neosino-Kieselerde sorgt für gesunde Nägel und Haare und eine straffe Haut. Eine Neosino-Kapsel enthält die Wirkstoffe von 1,5 Kilogramm Kieselerde und wird vom Organismus besonders gut aufgenommen. Zeitlose Schönheit mit Neosino-Kieselerde. Die gesamte Auswahl an Neosino-Produkten erhalten Sie in den Neosino-Shops in Neumarkt, Judenburg und Leoben. Aber auch in der Apotheke. Was nutzt die schönste Perlenkette? Wenn ein Tversweck dann. Das ist ein Tverschmeld. Das ist ein Tverschmeld. Das ist ein Tverschmeld. Unser Team berät Sie gern. OttoVital.info Das ist ein Tverschmeld. Tender Fire mit vielen Aktionen für Fliesen und Sanitär. Minus 30 Prozent und mehr. Er möchte seine Tochter stolz machen durch einen neuen Beruf. Personenschützer für den amerikanischen Präsidenten. Doch sein Bewerbungsgespräch läuft nicht so wie vorgesehen. Doch plötzlich könnte er doch noch zum Held werden. All das sehen Sie jetzt in unserem neuen Kinofilm, in unserem Kinotipp. Vor und nach dem Kino. Ab zu Peperoni und in die Chili-Lounge. Echt scharf. Der Kinotipp der Woche wird Ihnen präsentiert vom Dieselkino Fonsdorf. Dein Dad hat ein Vorstellungsgespräch beim Secret Service. Agent John Cale, gespielt von Magic Mike, Janning Tatum, ist als Sicherheitsmann für den Sprecher des US-Repräsentantenhauses im Einsatz. Viel lieber würde er jedoch für den Secret Service des amerikanischen Präsidenten James Sawyer, dargestellt von Jamie Foxx, arbeiten. Landung freigegeben. Sie kommt zu Hause, Sir. Danke. Wann wird meine Frau eintreffen? 1845. Wecken Sie mich, wenn die Zivilisation untergeht. Dieser Job würde auch seine Tochter Emily beeindrucken. Die ist nämlich ein waschechtes weißes Haus-Fangirl und weiß einfach alles über den US-Regierungssitz. Die Bewertungen deiner Vorgesetzten. Sergeant Cale mangelt es an Respekt gegenüber Autoritäten. Sergeant Cale hat Potenzial, scheint sich aber kategorisch zu weigern, es einzubinden. Deshalb nimmt John die Elfjährige auch mit, als er endlich die Chance zu einem Vorstellungsgespräch bei Secret Service Chefin Carol Finnerty erhält. Zwar wird dabei ziemlich schnell klar, dass John den Job nicht bekommen wird, aber Emily erzählt da lieber nichts davon. Stattdessen nimmt er gemeinsam mit seiner Tochter an einer Tour durchs weiße Haus teil. Showtime! Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Plötzlich greifen böse Terroristen an und zerlegen das weiße Haus. Wie? Das kommt euch bekannt vor? Nein, 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 das ist nicht das Remake von Olympus Has Fallen. Dafür wäre es knapp drei Monate nach dessen Kinostart auch noch ein wenig früh. Positiv. Der Präsident ist mit uns in der Bibliothek. Das ist eine Bibliothek. Tatsächlich hatten zwei Filmemacher dieselbe Idee wohl zur gleichen Zeit. Und auch wenn Olympus Has Fallen die Nase vorn hatte, was den Zeitpunkt des Kinostarts angeht, so bekommt Roland Emmerichs Hausbesetzung klar die besseren Haltungsnoten, was nicht zuletzt auch am deutlich größeren Produktionsbudget liegt. Der deutsche Blockbuster-Spezialist Roland Emmerich hat die wichtigsten Zimmer und Räume sowie die Fassaden des Weißen Hauses allesamt in Studiohallen in Kanada möglichst originalgetreu nachbauen lassen, nur um sie dann genüsslich mit Einschusslöchern zu übersehen. Große Teile des Films sehen dadurch sehr realistisch aus, was man von den Computereffekten leider nicht sagen kann. Könnten Sie versuchen mir nicht, die Rakete über den Schädel zu ziehen, während ich fahre? Durch und durch unterhaltsames Poppern-Kino. Da wird sich nicht einmal Präsident Obama beschweren, dass Roland Emmerich sein Zuhause nach der legendären Explosionsszene aus Independence Day nun schon zum zweiten Mal in Schutt und Asche legt. Ein Teil des Films wurde tatsächlich auf Müllhalten in Mexiko City gedreht. Nur so bekam der Film seinen durch und durch authentischen Look. Elysium diese Woche auf Platz 3. Du kannst alle retten. Wir wollen in den am schärfsten bewachten Ort des ganzen Universums einbrechen. Oh ja. Nicht auf Müllhalten, dafür auf öffentlichen Toiletten und im Krankenhaus spielt dieser Streifen. Eine Orge der Körperflüssigkeiten. Feuchtgebiete landet auf Platz 2. Ich kann das Mama aber auch nicht anhängen, weil ich oft Realität, Lüge und Traum durcheinander werfe. Weder am Klo noch auf Müllhalten, sondern vor allem vor grünem Hintergrund ist dieser Film entstanden. Teil 2 ist bereits am Weg und viele weitere werden folgen. Die Chroniken der Unterwelt, City of Bones. Platz 1. Alle Infos rund um das Dieselkino und das genaue Programm finden Sie im Internet unter www.dieselkino.at. Vor und nach dem Kino. Ab zu Paparuni und in die Chili-Lounge. Echt scharf. Wir kommen nun zu unseren Kurznios und starten mit dem Pfarr- und Erntedankfest bei der Schindelbacher Kapelle in St. Stephan-Obleoben. Am vergangenen Sonntag, den 1. September, hat dieses stattgefunden. Begonnen hat dieses Fest mit der Segnung, der Erntekrone und der Erntegerben. Anschließend wurden alle Gäste mit der feierlichen Prozession in die Pfarrkirche zum Festgottesdienst gebeten. Musikalisch wurde der Gottesdienst umrahmt vom Kirchenchor St. Stephan und Primavera, Mag. Uwe Schmid an der Orgel, dem Musikverein St. Stephan und der Ortsmusik Hinterlohming. Im Anschluss an den Gottesdienst feierte die Pfarre ihr bereits traditionelles und weit über die Pfarrgrenzen hinaus bekanntes Pfarr- und Erntedankfest. Die stärksten Männer Österreichs, aber auch international gesehen, haben beim 15. Eisenstraßen Giant einmal mehr ihr Können bewiesen. In Zweierteams sind die Athleten im Bewerben wie den Baumstammstämmen, LKW-Ziehen oder einem Medley mit Atlassteinen angetreten. Unter den Teilnehmern haben sich auch die zwei sehr bekannten stärksten Männer aus unserer Region, Michael Fotter und Franz Moser, befunden. Sie haben am Ende des Tages mit einer sensationellen Leistung den dritten Platz erreicht. Mit diesen Informationen sind wir schon am Ende unserer heutigen Ausgabe angelangt. Es hat uns sehr gefreut, dass Sie uns wieder begleitet haben und es würde uns noch mehr freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Wenn Sie zu uns Kanal 3 Informationen haben möchten, dann können Sie das auf unserer Homepage www.kanal3.tv bekommen oder auch auf Facebook und auf YouTube. Dort stellen wir übrigens auch lustige Fotos von uns hinauf, also auf Facebook. Und es würde uns freuen, wenn Sie uns vielleicht auch einmal Ihre Meinung zu unserem Team sagen würden. Ich darf mich nun von Ihnen verabschieden und gebe zurück zu unseren Kollegen von MEMA TV. Soweit der Treffpunkt Murtal. Wir kommen damit zum Fußball. In der Gebietsliga Mürz standen sich vor kurzem der SV Tragöss und der SV Mitterdorf gegenüber. So viel sei verraten, die Tragösser gingen als Sieger vom Platz. Wir Österreicher haben die Ruhe, die Dinge reifen zu lassen. Deshalb ist auch unser Essen so gut. Das Geheimrezept? Nur nicht hudeln. Die meisten Dinge brauchen Zeit, damit sie richtig gut werden können. Die Natur beeilt sich auch nicht. Deshalb heißt es nicht Österreichs schnellstes, sondern Österreichs bestes Bier. Gut. Besser. Gößer. Angenehm warm mit viel Badespaß in der Aqualux Therme Fonsdorf. Es gibt Rutschen, das Wasser ist warm. Draußen ist es auch sehr und groß. Auf drei Ebenen mit insgesamt 900 Quadratmeter Wasserfläche bietet die Aqualux Therme Fonsdorf Erlebniswelten. Für Eltern und Kinder eine Rückzugsoase für Ruhe und Wellnessbegeisterte finden Sie in der Aqualux Therme ebenso. Auch die Gastronomie lässt keine Wünsche offen und sorgt, dass der Thermenaufenthalt zu einem Rundum-Erlebnis wird. Herzlich Willkommen in der Therme Aqualux. Bei 36 Grad warmen Wasserplanschen macht richtig Spaß. Aqualux Therme Fonsdorf. Besten Geschmack gibt's jetzt auch alkoholfrei. Vollmundig. Natürlich trüb. Gößer Naturgold. Echter Biergenuss zu jeder Tageszeit. Die Firma Jury ist ein Unternehmen der Rohrer Group mit Sitz in Nickersdorf bei Leoben und ist spezialisiert auf Industriereinigung, industrieller Gerüstbau, Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandtechnikisolierungen. All diese Leistungen bietet Firma Jury Industrie- und Privatkunden an. Jury, der Partner in der Umwelttechnik mit Standort in Nickersdorf. Unser Schlagerspiel der Runde kommt wieder aus der Gebietsliga Mürz. Da wird an diesem Wochenende die dritte Spielrunde ausgespielt und die heimstarken Tragösser, die treffen auf Mitterdorf. Tragöss ist ja gut gestartet. Zwei Spiele, vier Punkte eingefahren. Und beim Mitterdorf, da läuft es überhaupt nicht. Zwei Spiele, nichts gewonnen, alles verloren und ein Torverhältnis von 1 zu 12. Die Mitterdörfler könnten heute aber für eine Überraschung sorgen. Aber in Tragöss, da hängen die Trauben sehr, sehr hoch. Tragöss ist diese Meisterschaft im Herbst stark drauf. Zwei Spiele, vier Punkte. Heute geht es gegen Mitterdorf. Was erwartet man sich aus Tragösser Sicht? Ja, ich denke, wir sind wirklich ein gutes Team derzeit. Wir haben natürlich mit unseren Stürmern, mit dem Richard Graf, ein gewaltiges Plus dazubekommen. Und ich sage immer, der, die Tore nicht schießt, der bekommt sie. So war es vorige Saison. Wir sind guter Dinge. Wir haben einen sehr guten Trainer. Mit dem Bichler alle eh schon gewohnt. Und ich glaube, wir sind eine super Partie als eigene. Und wir werden, glaube ich, heute nichts anderes wie drei Punkte machen. Alles andere wäre eine Enttäuschung für den SV Tragöss. Tragöss in Orange-Weiß spielend hat sich für dieses High-Match-Spiel vorgenommen. Die Mitterdörfler heute klarer Außenseiter. Der Schiri ist auch ein interessanter Mann. Christian Omoletz aus Trofeiach. Der Christian brachte es als Kicker bis in die Landesliga und war ein gefürchterter Stürmer. Ein echter Knipser. Tragöss kommt da gleich gefährlich vor das Mitterdorfer Tor. Markus Bruggraber. Ein Tragöss-Talent knallt drauf los. Das Leder sieht am langen Eck vorbei. Auf der Gegenseite versucht es Manuel Stabelhofer aus der Distanz. Tragöss versucht den Hebel in die Hand zu nehmen. Die Fuchstruppe entschärft da den Tragöss-Angriff. Tragöss lässt nicht locker. Wieder in der Vorwärtsbewegung. Bruggraber bedient der Graf. Und der Richard hat es da nicht schwer. Macht das 1 zu 0. Ein Auftakt nach Maas für Tragöss. Tragöss legt nach. Hannes Polarus setzt sich da gut durch und trifft mit einem Spitz die Querlatte. Wieder die Heimischen über den Neuzugang Richard Graf. Graf setzt sich da gut durch. Schöner Stanker auf Ebner. Ebner schiebt 1 und 2 zu 0. Alles programmgemäß kann man sagen bei Tragöss. Nun ein toller Alleingang von Christian Polarus. Der Abschluss war aber dann nicht so gut. Der Schuss geht übers Tor. Diesmal ein Lebenszeichen der Mitterdörfler mit einem Stabelhofer-Schuss. Und knapp vor der Pause bauen die Tragösser die Führung aus. Ebner spielt auf Christian Polarus. Und er macht das 3 zu 0. Und das ist auch der Pausenstamm. Lust auf zwei Thermankarten der Therma-Aqualux von Storff? Ja, sehr gerne. Relaxen tut man immer gerne. Die Falken haben gestern gute Beute gemacht beim Match. Wer sind denn eigentlich die Falken? Unsere KSV 1919. Wann wurde die KSV gegründet? Schon lange her, 1919. Ja, das ist auch ganz einfach gewesen bisher. Jetzt habe ich die Frage, gegen wen haben die Kapfenberger gestern gewonnen, wenn ich das so mit der Beute hernehme? Wir haben uns vom SV Horn drei Punkte geholt mit 3 zu 1. Wer hat die Tore gemacht? Unser Osman Ali, unser Kapitän, der David Sentscher und der Binkl. Und die letzte Frage, wie viele Tore hat der Osman Ali bisher gemacht? Er ist ja der erfolgreichste Torschütze bisher. Ich möchte ihm auf dieser Stelle recht herzlich zu seinen vier Toren gratulieren und hoffe, dass es bald mehr werden. Ja, und ich gratuliere zu zwei Thermankarten. Jawohl. Danke. Danke. Die Mitterdörfler überraschen gleich nach dem Wechsel die Tragösser, holen da durch Putzgruber einen Treffer auf. Spielstand 1 zu 3 aus Mitterdorfer Sicht. Geht da noch was bei Mitterdorf? Die Gäste-Fans schöpfen Hoffnung. Geschenkt gibt es nichts auf dem kleinen Platz. Da gibt es viel Körperkontakt, viele Zweikämpfe. Richard Graf lässt da einen schönen Sitzer aus. Und auf der Gegenseite, nach Tragöss-Fehler, machen es die Gäste auch nicht besser. Hannes Polaru startet dazu einen Sturmlauf und trifft genau in Schwarze. 4 zu 1 für Tragöss. Ein Traumtor der Marke Polaru. Bei den Gästen holt sich Matthias Riegler die Ampelkarte. Nun wird es für Mitterdorf noch schwerer. Richard Graf hat heute mit den Gästen Mitleid Lester einiges liegen. Mitterdorf kann mit Kopftor von Dani Neuhold das Ergebnis verbessern. Spielstand 2 zu 4 und das ist auch der Einstand. Tragöss schlägt Mitterdorf in einem Match mit viel Tragöss-Torchancen. Sicher und verdient mit 4 zu 2. In Tragöss ist die Welt in Ordnung. Da gibt es tolle Berge, einen schönen See und eine gute Fußballmannschaft. Wie hat da Mitterdorf-Trainer Erwin Fuchs diese Niederlage gesehen? Ja, es ist momentan, es war die ersten zwei Spiele auch so. Wir spielen nicht mehr brav mit. Es sind vielleicht nicht einmal viel schlechter, als wir wieder gegnern. Wir machen momentan so viele Eigenfehler. Das ist momentan das Um und Auf. Bei uns wird jeder Fehler bestraft. Wir fahren einfach, wie soll ich sagen, wir gehen nicht effektiv hin. Wir müssen das da machen und das ist momentan das Manko, was wir haben. Du bist ja schon lange in der Fußballbranche, aber jetzt ist es schon sehr schwer. Ich glaube, in Mitterdorf momentan zu arbeiten ist nicht leicht. Wie motivierst du deine Leute beim Training und so? Ja, ich versuche einfach, weil da viele junge Spieler sind das, was wir als Halbmeister, weil wir einen großen Umbruch gehabt haben, einfach die Sachen als einfachen Fußball beizubringen. Es gehören einfach niederlange zu im Fußball und es gehören solche Serien einmal dazu. Ich glaube auch, dass wir vielleicht in einem halben Jahr oder vielleicht erst schnell ein Dreivierteljahr sicher besser sind und vielleicht haben wir dann auch ein bisschen gekriegt, wenn wir spielen auch und dann, glaube ich, geht es wieder bergauf auch. Christoph Ebner, gratuliere zu diesem 4-2-Sieg gegen Mitterdorf. Wie schwer war heute die Arbeit zum Sieg? Ja, wir haben gewusst, dass es sicher nicht einfach wird. Mitterdorf ist zwar schlecht in der Saison gestartet, wir haben einen besseren Start, aber vermeintlich, wir wissen ja, das sind immer die schwersten Spieler gegen die, die eher im Hinteren der Böden-Drittel sind. Aber ja, wir haben das von Anfang an gut gemeistert und sind gleich einmal in Führung gegangen und dann haben wir die Partie gut umgebracht. Und ihr habt es den Gegnern sogar von der Chancenauswertung her ein bisschen geschaut. Ja, ich sage einmal, jetzt haben wir gewonnen. Das ist das Wichtigste, die Chancen, die werden wir beim nächsten Match verwerten, da was vielleicht wieder ein bisschen wichtiger ist. Wir bleiben beim Sport, wechseln aber zum Handball. Ende August startete man in Handball die neue HIL-A-Saison. Union Juri Leoben empfing zu Hause UHK Krems. Die Leobner zeigten sich in den letzten Spielen sehr gut auf die Saison vorbereitet. Trotzdem hat man gegen die junge Truppe aus Krems eine Niederlage einstecken müssen. Kein Saisonauftakt nach Wunsch für die Union Juri Leoben. Die Obersteurer rannten schon in der ersten Hälfte gegen Krems einem Rückstand hinterher. Die Gäste präsentierten sich um eine Nummer zu groß. Vor allem an der Entschlossenheit vor dem gegnerischen Tor haperte es bei der Mannschaft von Trainer Volker Hage. Wir hatten heute im Auftaktmatch einfach zu viel Nervosität an den Tag gelegt. Das kann man auch verstehen, aber natürlich ist das Ergebnis in der Höhe viel zu hoch. Wir mussten leider auf unseren nominellen Hauptabwehrspieler und auch Angriffsspieler Mario Maritic komplett verzichten, der uns sehr gefehlt hat heute. Und leider konnten wir das nicht kompensieren. Und deshalb ist diese Niederlage auch in der Höhe zustande gekommen. Zwar versuchten die Hausherren mit aller Kraft noch den Anschluss an die Gäste zu erreichen, doch die Kremser ließen sich das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen und traten mit einem 33 zu 25 Sieg die Heimreise an. Noch sind die Leobiner nicht so weit, um gegen ein Team wie Krems bestehen zu können. Trotzdem lag es in erster Linie an der Abwehr, dass man dieses Spiel verloren hat. Vorgenommen hat man sich ja etwas anderes. Wir haben am Anfang vor dem Match gesagt, wir wollen den Kreis von der Kremser in Faxe lind, der einmal bei uns gespielt hat, gut in den Griff gekriegt, die Achse mitgekauft lind. Und das hat aber vor allem am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Wir haben gleich am Anfang vier Tore über den Kreis gekriegt und einmal blöd, zwei Minuten. Und das war, schon zu Beginn waren wir dann vier oder drei Tore hinten und das war natürlich kein idealer Start. Und dann hat das übelst einen Lauf genommen. Es waren immer schlechte Tore, also blöde Tore dabei bei uns. Wir haben einiges vergeben im Angriff und so kommt die hohe Niederlage zustande. Selbstkritik ist der beste Weg zur Besserung. Und so gesehen kann man sich von der Leobener Mannschaft noch einiges in dieser Saison erwarten. Wir Österreicher haben die Ruhe, die Dinge reifen zu lassen. Deshalb ist auch unser Essen so gut. Das Geheimrezept? Nur nicht hudeln. Die meisten Dinge brauchen Zeit, damit sie richtig gut werden können. Die Natur beeilt sich auch nicht. Deshalb heißt es nicht Österreichs schnellstes, sondern Österreichs bestes Bier. Gut. Besser. Die Firma Juri ist ein Unternehmen der Rohrer Group mit Sitz in Nickersdorf bei Leoben und ist spezialisiert auf Industriereinigung, industrieller Gerüstbau, Wärme, Kälte, Schall und Brandtechnik, Isolierungen. All diese Leistungen bietet Firma Juri Industrie und Privatkunden an. Juri, der Partner in der Umwelttechnik mit Standort in Nickersdorf. Beim 9. Wartberger Teamlauf konnten alle mitmachen, egal ob Hobbyläufer oder Profis. Der Lauf erstreckte sich über 4,4 Kilometer und brachte einige ins Schwitzen. Laufen macht Spaß, vor allem bei strahlend blauem Himmel und angenehmen Temperaturen. 41 Dreierteams waren dabei, als am Freitag um 17.30 Uhr der Startschuss zum 9. Wartberger Teamlauf gegeben wurde. Organisiert wurde das Ganze vom Sportausschussobmann der Gemeinde. Wie viel Zeit brauchst du, um so ein Mega-Event vorzubereiten? Die Vorbereitungszeit für nächstes Jahr, am 29. August 2014, hat heute bereits begonnen. Wir haben schon wieder den Termin mit der Zeitnehmung ausgemacht und machen schon die Werbung für nächstes Jahr. Außer man kann sagen, ein Jahr Vorbereitungsarbeit. 4,4 Kilometer betrug die Laufstrecke, die durch Wartberg geführt hat. Ideal für Erwachsene, Kinder, Hobbyläufer und Profis. Wie ist es Ihnen gegangen? Ja gut, sonst wäre ich nicht da. Nein, für mich ist es gut gegangen. Sehen Sie, wie erhitzt, dass ich bin. Wartberger Teamlauf, wie war der Lauf für dich? Ja, anstrengend. Also, gerade halt durchgegangen. Also, war hart. Aber jetzt bin ich froh, dass es vorbei ist. Mit einer Tagesbestzeit von 14 Minuten und 15,6 Sekunden erlief sich Christian Rierwetz vom Team-Installateur Paar Veitsch klar den ersten Platz. Teamlauf in Wartberg, wie ist es dir heute gegangen? Ja, sehr gut eigentlich. Kann ich sagen, super. Bestleistung Rennzeit. Am Anfang, gleich halbwegs angedrückt. Top des Durchzeigen, ja. Warst du der Zeit? 14, 15. 15, ja. Sag, wie bereitet man sich auf so ein Mega-Event vor? Ja, trainieren du eigentlich das ganze Jahr und man macht vorher schnelle Einheiten, so Intervalltraining. Das macht man vorher, drei, vier Wochen vorher schon. Also kein spezielles Trainingscamp besucht vorher? Nein, nein, das nicht. Mach ich nicht. Bist du nächstes Jahr wieder dabei? Sicher, ganz bestimmt. Mein Lieblingslauf. Mit einer Zeit von 17 Minuten und 8,8 Sekunden war Paula Rumpelknoll vom Team Steinser Trial Run die schnellste Frau. Laufbegeisterte sollten sich schon jetzt den 29. August 2014 im Kalender vormerken, wenn es heißt, auf zum 10. Wartberger Teamlauf. Am 29. September findet die Wahl zum Nationalrat statt. Sie bestimmen dabei die 183 Abgeordneten zum Nationalrat. Die SPÖ präsentierte am 29. August ihre Kandidaten. Bald geht es im gestreckten Galopp auf den Nationalratswahltermin zu. Die SPÖ stellte ihre Kandidaten mit dem Wahlkreis 6D Obersteiermark vor. Erwin Spindlberger, Andrea Winkelmeier und Jörg Leichtfried sind die Kandidaten. Landeshauptmann-Stellvertreter Siegfried Schrittwieser stellte vor und verwies auf die markanten Eckpunkte. Wir haben das letzte Mal überdurchschnittlich schlecht abgeschnitten, das muss man zugeben. Es hat wahrscheinlich viele Dinge gegeben, die wir falsch gemacht haben oder nicht richtig vermittelt haben. Diese Periode, glaube ich, haben wir sehr gut gearbeitet und daher trifft es natürlich die großen Parteien. Und ich appelliere auch an die Bevölkerung, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Denn wenn man nicht zur Wahl geht, dann ist man angewiesen, was andere für sich machen. Dass wir natürlich für die Sozialdemokratie werben und mit Bundeskanzler Feiermann in der letzten Periode viel auch für die Steiermark, für die Obersteiermark erreicht haben. Das können wir in der nächsten Periode nur fortsetzen, wenn wir gut abschneiden. Und daher appelliere ich, die SPÖ zu unterstützen. Ein bereits erfahrener Abgeordneter ist Erwin Spindlberger. Also ich glaube, dass man mit Fug und Recht behaupten kann, dass die SPÖ alles, was sie im letzten Wahlkampf versprochen hat, auch durchgesetzt hat. Und nur vergessen die Leute, auch zu schnell, das sage ich auch ganz offen, denn wir haben beginnend von der Landsteuerreform, die es damals gegeben hat, vieles umsetzen können. Aber eines sollte man nicht vergessen. Als Bundeskanzler Feiermann diese Regierung übernommen hat, ist weltweit eine Krise ausgebrochen. Und ich glaube, dass wir auch Österreich mit sicherer Hand durch diese Krise geführt haben, indem wir die Arbeitsplätze nicht nur in der Region, sondern in ganz Österreich bestmöglich abgesichert haben. Und das zeigen auch internationale Daten, weil wir die niedrigsten Arbeitslosenzahlen in ganz Europa zu verzeichnen haben. Wir haben noch viele Anstrengungen zu unternehmen, um eben dementsprechend auch das aufrechterhalten zu können. Das erste Mal in diesem Wahlkreis kandidiert für die SPÖ auch eine Frau. Es ist immer die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dass man das wirklich gut unter einen Hut bringt, sage ich einmal. Dazu ist es wichtig, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden, das heißt Kinderbetreuung auch am Nachmittag, dass die Frau die Möglichkeit hat, auch wie es ja jetzt ist, Vormittag oder Zermittag oder am Nachmittag zu arbeiten. Und in Ruhe arbeiten kann, zu wissen, die Kinder sind versorgt. Und da sind wir ja gut drauf, dass wir sagen, okay, wir haben Kinderbetreuung von ab 18 Monaten bis Ende der Schulzeit. Aber wir haben trotzdem noch viel zu tun. Auch der EU-Abgeordnete Leichtfried kandidiert für die Nationalratswahl. Wir sind keine Insel, wir beeinflussen mit, wir werden mit beeinflusst. Und die Nationalratswahl in Österreich entscheidet, welcher österreichischer Minister wird im Rat sein. Wer wird Kommissar, Kommissarin werden, das ist ja nicht so unwesentlich. Und es fallen wichtige Entscheidungen in Europa und da ist es wichtig, wer Österreich dort bei diesen Entscheidungen vertritt. Der Slogan der SPÖ für die Nationalratswahl heißt starke Stimmen für unsere Region. Die Feuerwehr Oberaich präsentiert 20 Jahre die Mugels. Ein Klangfeuer im Festzelt am Utscherplatz in Oberaich. Am 14. September ab 19.30 Uhr und am 15. September ab 11 Uhr. Mit dabei sind neben die Mugels Marlene Martinelli, grenzenlos Sisters One, Alexandra Lexer, dem 56er Quintett, auch die Aufreißer und viele mehr. Klangfeuer der Feuerwehr Oberaich und 20 Jahre die Mugels am 14. und 15. September in Oberaich. Wieder in die Schule. Wieder draußen sein. Wieder mit meinen Freundinnen spielen. Ich werde wieder gehen. Mit 25 Euro monatlich schenken Sie einem behinderten Kind Zukunft. Licht für die Welt. In den Ferien hat man sich auch im heurigen Jahr wieder einiges für die Kinder einfallen lassen. Mit dem Brugger Ferienpass konnte man auch eine Stadtführung machen und seine Heimatstadt einmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Kennst du deine Stadt? Diese Frage wird oft gestellt. Und man ist erstaunt, wie wenig man eigentlich von seiner Heimat weiß und wie viel Wissenswertes es doch gibt. Die Stadt Brug gibt jungen Leuten die Möglichkeit, die Sehenswürdigkeiten auch in anderem Licht zu sehen. Wer weiß schon was über die Bedeutung der alten Stadtmauern und was es sonst noch alles über die 750 Jahre alte Stadt zu erfahren gibt. Ich erkläre das kindgerecht, wie alt die Stadt ist, was besonders zu beachten ist. Ich erzähle kleine Anekdoten dazu, damit sie es leichter merken. Wir messen zum Beispiel 18 Schritte große, damit wir wissen, wie tief der Brunnen ist. Und also alles ja kindgerecht, aber sie merken sich das sehr gut. Sie kommen zum zweiten und zum dritten Mal teilweise schon. Also man kann vieles machen und sie merken sich es. Es ist wirklich interessant. Mit offenen Ohren und neugierigen Augen verfolgen die jungen Leute die spannenden Geschichten über die Jubiläumsstadt. Aber eins kann ich euch sagen, der Henker, der Schafrichter, der durfte nicht innerhalb der Stadtmauern wohnen. Der musste außerhalb der Stadtmauern... Viele werden künftig hin in der Lage sein, ihre Eltern mit den Sehenswürdigkeiten wie der Stadtmauern vertraut zu machen. Was hast denn du alles gesehen bisher? Ich habe die Marienstatue gesehen und den Eisernen Brunnen bei dieser Führung jetzt. Und sonst habe ich eigentlich ganz Brug gesehen. Weißt du eigentlich, wie alt die Stadt Brug ist? Sie ist 750 Jahre alt. Hauptschule, Gymnasium, neue Mittelschule. Viele blicken oft gar nicht mehr durch. Einige fragen, wo liegt jetzt genau der Unterschied? Gute Frage. Ist die neue Mittelschule ein Erfolg? Schule und die oft umstrittenen Strukturen sind ein Dauerbrenner. Es wird ständig diskutiert über Lehrer, Schüler und Schulsysteme. Und ein System, das es ja noch gar nicht so lange gibt, ist die neue Mittelschule. Wie hat sie sich bewährt? Also wir sind in der Generation 6 der neuen Mittelschule schon. Das heißt, sie läuft das sechste Jahr. Das heißt, wir haben fünf Jahre Erfahrung. Bei uns in der Region leider noch nicht so lange. Dafür starten wir jetzt flächendeckend in der Generation 6. Zu Ihrer Frage. Wir haben Ergebnisse, erstaunliche Ergebnisse, was die Veränderung der Lernkultur betrifft. Also es hat riesengroße Veränderungen in Art des Lernens der Schüler Einzug gehalten. Und darüber bin ich sehr froh. Es gibt manche Eltern, die sagen, naja, die wollen nur, dass mein Kind in die neue Mittelschule geht. Das ist ja keine Mittelschule, das ist ja eine Hauptschule. Wie ist das wirklich? Die Hauptschule in dieser Form mit den Leistungsgruppen existiert nicht mehr. Das heißt, ab dem Herbst sind jetzt alle Schulen, neue Mittelschulen aufsteigend ab der fünften Stufe. Die Lehrpläne haben sich nicht geändert, aber die Art des Lernens und des Unterrichtens hat sich geändert. Das heißt, wir sind flexibler in der neuen Mittelschule, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen, mit ihren Ansprüchen ans Lernen, ans Fortkommen. Das heißt, nach Absolvierung der ersten Klassen dieser neuen Mittelschule ist der Start oder der Aufstieg, wollen wir es so nennen, in die AHS oder anderes Gymnasium möglich. Selbstverständlich. Das ist ja das Ziel. Also das Bildungssystem sehr durchlässig zu gestalten. Und vor allem das Weiterkommen dann nach der Pflichtschule, den Schülern und Schülerinnen alles zu ermöglichen. Drei Jahre ist es her, da feierte man in der Brugger Kindergrippe das zehnjährige Jubiläum. Ein Fest für Eltern und Kinder. Die Anforderungen des Arbeitsmarktes verlangen von Familien große Bereitschaft zu Mobilität und Flexibilität. Kinderbetreuung wird immer wichtiger. Vor allem auf die zunehmende Berufstätigkeit der Frauen reagierte der Brugger Bürgermeister Bernd Rosenberger bereits vor zehn Jahren. Gemeinsam mit der Volkshilfe Brug wurde in der Kramfeldstraße eine der ersten Kindergrippen in der Obersteiermark eröffnet. Heute, zehn Jahre und hundert Kinder später, feierte man diesen runden Geburtstag gemeinsam mit Kindern, Eltern, Betreuerinnen und Ehrengästen. Es ist eine Notwendigkeit. Wir bekennen uns auch dazu. Wir haben auch durchaus viel Geld investiert als Stadt und haben dann den Betreiber gesucht und haben der Volkshilfe diese Einrichtung übergeben. Das war eine gute und weise Entscheidung. Es funktioniert toll. Wir haben hier Einrichtungen geschaffen, die über das gesetzliche Ausmaß hinweg auch gut sind und dementsprechend angeboten werden können. Ich würde mir wünschen, dass wir noch viele, viele, viele Kinder mehr hätten in unserer Stadt, um diese Kindergrippe zu erweitern. Ich wäre bereit dazu und würde das sehr gerne tun. In einer anregenden, altersgemäßen und überschaubaren Umgebung haben Babys und Kleinkinder dort die Möglichkeit, erste Gruppenerfahrungen zu sammeln. Ausgebildete Kindergartenpädagoginnen und Kinderbetreuerinnen wie die Krippenleiterin Gerti Klösch sind ständig um das Wohl der Kleinsten bemüht. Die Kinder kommen frühmorgens oder im Laufe des Tages. Sie sind da in der Zeit, wo die Eltern einfach arbeiten. Und wir betreuen das Kind eben von frühmorgens bis am Nachmittag. Bis zu acht Stunden können hinter betreut werden. Es wird hierhin gespielt, getanzt, es werden Geschichten erzählt, wir gehen turnen. Wir versuchen halt möglichst den Tag so zu gestalten, dass es uns allen gut geht. Auch die zuständige Landesrätin Elisabeth Grossmann ließe sich nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen und der Stadtgemeinde und dem Betreuerteam für ihre vorbildliche Arbeit zu gratulieren. Bukandamur hat hier absolut eine Pionierfunktion inne und hat den anderen Gemeinden gezeigt, wie es geht. Wie man wirklich eine funktionierende Infrastruktur für Familien bereitstellen kann, auch für die Jüngsten. Hier geht es um Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das ist ein großes Thema. Es geht aber auch um elementare Bildung. In einer Krippe oder in einem Kindergarten lernen die Kinder miteinander zu leben, miteinander zu spielen. Sie lernen so viel, was sie eben für das spätere Leben brauchen. Hier werden wirklich die Grundsteine gelegt für eine lebenslange Bildungslaufbahn. Und hier hat wirklich Bukandamur die Nase vorn. Egal ob Vater oder Mutter, die Eltern wissen das reichhaltige Kinderbetreuungsangebot der Stadtgemeinde Bruck zu schätzen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, weil einfach die Kinder mit guten Händen betreut werden sollen. Und diese Einrichtung ist ganz, ganz toll. Könnte man es sich ohne noch vorstellen? Ist sie wirklich unendingbar? Also ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Kinder kennen weder Vergangenheit noch Zukunft. Sie genießen die Gegenwart. Und das können sie in der Kinderkrippe Bruckandamur. Damals im Jahr 2010 feierte man 140 Jahre Landesfeuerwehrverband Steiermark. Eine nostalgische Reise durch viele Jahrzehnte. Musik Gott zur Ehre, dem Nächsten zur Wehr. Dieser Leitspruch aller Feuerwehren galt vergangenes Wochenende in der Feuerwehrhauptstadt Bruckandamur. 140 Jahre Landesfeuerwehrverband Steiermark war der Anlass für ein großes Fest inklusive Leistungsschau am Brucker Hauptplatz. Vorführungen verschiedenster Art, schließlich beschränkt sich die Arbeit der Feuerwehr schon lange nicht mehr auf das Feuerlöschen, begeisterten die Zuseher. Musik Es ist für mich ein besonderer Anlass, es ist aber auch für den gesamten Arbeitskreis ein besonderer Anlass. Wir haben eineinhalb Jahre Vorbereitungszeit gehabt. Wir hoffen, dass es eine schöne Veranstaltung wird, die in den letzten zwei Tagen hier in Bruckandamur, wo die Festlichkeiten stattfinden. Wir haben heute ein umfangreiches Programm gehabt. Wir haben eine Ausstellung gehabt, wo also verschiedene Gerätschaften gezeigt wurden. In Summe muss man sagen, wir haben die Festlichkeit 140 Jahre Landesfeuerwehrverband Steiermark gebührend gefeiert. Der Grund, diese Feierlichkeiten in Bruckandamur zu veranstalten, liegt auf der Hand. 1869 wurde einer der ersten Feuerwehren, nämlich die Brucker Stadtfeuerwehrsverein, aus der Taufe gehoben. Und ein Jahr später wurde hier in Bruckandamur der Steirische Gauverband der Feuerwehren begründet. Und der erste Obmann dieses Verbandes war der Brucker Wehrhauptmann Karl Watzka. In weiterer Folge sind viele gemeinsame Juweläen gefeiert worden und man hat damit die Verbundenheit ausgedrückt. Es ist eine Auszeichnung, es ist eine Ehre für die Stadt Bruck, so viele hochrangige Feuerwehrmänner und Feuerwehrkameraden in unserer Stadt als Gast zu haben. Ich darf persönlich, aber auch namens der gesamten Brucker Bevölkerung dem Landesfeuerwehrverband zum 140-jährigen Jubiläum sehr herzlich gratulieren. Die Ausstellungsstraße der Geschichte im Brucker Rathaushof zeigt eindrucksvoll die Geschichte und Entwicklung des Feuerwehrwesens in der Steiermark. Ein Fahrzeugkorso ermöglichte dem interessierten Publikum einen Streifzug durch 140 Jahre Feuerwehrgeschichte. Von Pferden gezogene Pumpen bildeten den Auftakt dieser Rundfahrt. Zur Schlusskundgebung marschierten knapp 2000 Kameradinnen und Kameraden auf den Brucker Hauptplatz. Die geballte Stärke der Feuerwehr vermittelte ein besonderes Gefühl der Sicherheit in Brucker Namur. Also wenn man das Ranking verschiedener Berufe in Österreich laut Meinungsumfragen kennt, verschiedene Institutionen, Berufsgruppen und weiß, dass die Feuerwehren ganz oben auf der Skala stehen, nämlich der sympathischen Männer, denen man vertraut, dann habe ich auch ein gutes Gefühl, dass so viele Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner heute in unserer Stadt sind. Die Begeisterung Feuerwehr wird auch in Zukunft dominieren. Für die richtige Entwicklung ist auf jeden Fall gesorgt. Das Feuerwehrwesen in der Steiermark wird sich sicherlich weiterhin positiv weiterentwickeln, obwohl wir überall wissen, dass das mit Gold ein bisschen knapper wird. Aber wir haben vorgesorgt bei den Feuerwehren, dass wir eben genau eingeteilt haben, was jeder zum Kriegen hat an Gerätschaften und dergleichen. Die Eigenleistungen sind sehr hoch und ich glaube, dass wir auch mit den Fördermitteln auskommen werden in Zukunft, weil wir ja sehr sparsam mit den Mitteln umgegangen sind bis jetzt. Die Feuerwehrhauptstadt Brucker Namur wird auch in Zukunft die Feuerwehr und den Landesverband willkommen heißen. Schließlich ist deren Geschichte eng miteinander verknüpft. In unserer Serie Damals reisen wir diesmal ins Jahr 2010 zurück. Beeindruckend war damals auch die Höhenwanderung mit der Rackseilbahn. In der Gemeinde Reichenau wurde die erste Seilschwebebahn Österreichs gebaut. Durch laufende Erneuerungen befindet sich die umweltfreundlich mit elektrischer Energie betriebene Anlage in einem guten technischen Zustand. In der Talstation der Rackseilbahn steht den Besuchern ein Buffet mit Souvenirladen zur Verfügung. Der Komfort beim Ein- und Aussteigen wurde erhöht. Sicherheit wird groß geschrieben. Bis zu 40 Personen können in einem Seilbahnwagen in das einzigartige Ausflugsziel Racksalpe, das schönste Wandergebiet der Wiener Alpen, befördert werden. Seit 2002 fährt die moderne Gondelbahn mit neuen Kabinen und bringt die Erholungssuchenden bequem in acht Minuten auf das 1546 Meter hochgelegene Plateau dieses Landschaftsschutzgebietes. Du steigst aus der Kabine, ein tiefer Atemzug und du spürst die frische, würzige Bergluft und bist begeistert vom Reiz dieser unberührten Naturlandschaft auf dem Hochplateau. Nach einer Stärkung im Racksalpen-Bergasthof ermöglichen gut markierte Wege mühelose Höhenwanderungen. Hier oben hast du in alle Himmelsrichtungen eine herrliche Fernsicht auf die umliegende Bergwelt. Auf deiner Erlebnistour hast du auch die Möglichkeit in der Schutzhütte Ottohaus einzukehren. Vom mythilischen Naturschutzgebiet Racksalpe schwebst du mit der Racksalbahn wieder sicher zurück in den Kurort Reichenau. Soweit unsere Sendung Treffpunkt Oberstarmark im Internet unter www.mematvo.at haben Sie die Möglichkeit sich den einen oder anderen Beitrag nochmals anzusehen. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017